Hallo, liebes zukünftiges Ich. Hier ist das Tagebuch vom 6. Mai. Ich bin früh aufgestanden, weil die Krönung von dem König Charles III anstand. Und die habe ich geschaut. Um 12 oder 13 Uhr war er dann gekrönt. Am Nachmittag habe ich dann auch nicht mehr für die Schule gemacht. Also in letzter Zeit mache ich nicht viel, nein. Und am Abend zockte ich mit Bulli und Luchs noch. Diesmal war es eine sehr kleine Gruppe, wir fuhren schöne Rennen eigentlich. Und dann am Abend schaute ich, denn sie wissen nicht was passiert. Mit Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Und ja, dann habe ich am Abend noch ESC, also Eurovision Highlight der letzten Jahre, Highlights der letzten Jahre geguckt. Und dann ging ich auch schlafen. Insgesamt würde ich aber sagen, das ist auch wieder so eine 4 von 10 war. Und das ist auch der 6. Mai. Und dann launcher startup. Bis zum nächsten Mal.